... das Miraculous Kino-Event. Eure Lieblingsserie aus dem Disney Channel kommt in einem einmaligen Special auf die große Kinoleinwand. Wow, das ist ja Wahnsinn. Bereit für Ladybug und Cat Noir? Brandneue Folgen und mehr in einer exklusiven Kinovorstellung. Gut gemacht. Nur am Sonntag, 19. Mai, auch in einem Kino in deiner Nähe. Du solltest auf keinen Fall verpassen, was jetzt kommt. Alle Infos auf Disney Channel.de